Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und da drüben sitzt Benny. Wir spielen heute die Demo von Why We Wait Here für euch und wir fangen gleich an mit dem Warten. Alter, ist doch voll von The Thing geklaut, oder? Hey, kannst du mal in die Fresse halten bitte, irgendwie, ich müsste dich mal müden. Ich habe eine Entschuldigung und habe mich auf die Warten zu schauen. Du kamst sofort auf den Warten? Ja, ich habe den Warten und fuhr. Aber nachdem ich nach dem Warten kam, sie waren bereits weg. Sie müssen sich die Lichter sehen, in der Haus. Diese Leute müssen sich über die Warten zu hören. Sie müssen sich über die Warten zu denken, bevor sie in die andere Warten zu verbrechen. Sie müssen sich über die Warten zu denken. I cannot have caught a bullet to the head! Vielleicht it doesn't have to go that far, but I agree. They're absolute assholes. Eh, they say they didn't take them all. What else would I have to keep me busy if I didn't have my cows? Have you already reported the fact? What the fuck do I tell the cops? They wouldn't find her anyway. So, und jetzt haben wir erst die Steuerung. Jetzt erst. Jetzt erst, ja. Okay, es ist Trevor hier hinten oder was? Es ist doch Trevor. Okay, ich glaube, das wird so eine Art Kammerspiel oder irgendwas. Wir sind, sind wir hier vielleicht in diesem Diner eingeschlossen und warten jetzt hier auf irgendwas. Wie dein Name vielleicht sagt. Okay, wir fangen einfach mal an. Wir werden mal zusammenwirken. Das ist ein wahnsinnig krasser Augenringer, mein Freund. Okay, er will ein Bier. So, er will ein Bier. Oh, nee, oder? Whisky? Ne, nimmst du das hier? Noch ein Glas dazu. Ist ja ein ordentlicher Laden hier. Komm. Komm, mein Freund. Wich, wich, wich. So, lass ihn schmecken. Ist ein bisschen wie Sirup. Oh, wir haben mal ordentlich vollgemacht, Alter. Oh, ho, 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 ho. Na dann, Prost. Prost, mein Freund. So, warte mal. Okay, jetzt, ähm, äh. Möchte sie etwas? Ja? Hallo, ich würde gerne mit dir zusammenwirken. Ich mag diesen Mann. Du magst nie jemanden. Ich dachte, du wärst an unserer Art Klinitele. Komm, lass ihn gehen. Insofern, schau, was ich gefunden habe. Oh, das Magazin wieder. Which Villa have you fallen in love with this time? No, no. No Villas. You'll love these two. Trust me. The first one is very secluded. And a bit out of town. But it has a big garden and the most beautiful fireplace. It probably just needs a little remodeling. Well, that sure looks like a villa to me. Haha, come on. This other one, on the other hand, is definitely an apartment. It looks quite nice and it's rather close to the center. It's even cheaper. The only downside is, that it faces the street. So it could get a bit noisy. Hmm. Let me think. Ja, wo ich bau. Ja, ist richtig. Denn komm, lass uns doch mal. Wir bevorzugen das Haus auf dem Lande. Okay. Och, sauber. Bedeutungsschwangere Sound darunter. Ja. There's also a lot of empty land around it. You always wanted to have a small garden to plant your vegetables. It looks like the perfect place for a fresh start. So, you finally set your mind on leaving? I'm sad to be leaving everything we built here. But, Hank, you know, you've been dreaming about this for a long time now. What is it, Trevor? Is it with a mask glass full with whiskey schon fertig, or what? Come on. Noch ne Runde. What's that? I'm not saying you shouldn't chase your dreams. I'm saying, I'm gonna miss you guys. This place means a hell of a lot to the few people still here. Okay, Valerie. Hear me? Sorry to interrupt your fucking lame-ass shit family reunion. My throat is dry. Do any of you intend to carry out your job? Hey, you piece of shit. Can't you see I'm talking here? Cliff, why do you always let people treat you like this? Shut up, old man. Na, wollen wir ruhig bleiben, oder wollen wir ausmeckern, Benny? Ausmeckern. Ausmeckern. Gut, wir meckern ihn aus. War jetzt auch nicht unbedingt ein Schimpfen. War ja sehr diplomatisch eigentlich. So. Okay, nix mal die Femme. Ja, so wie der Stevie halt ist. Diplomatisch. Ja, ja, das, äh, ich versuch's immer erst mit Diplomandie. So, was ist los? Was willst du denn trinken? Another Glass. Hab ich sogar noch da, hier drin. Another Glass. All right. Oh, Alter. Wie siehst du denn aus, ey? So, kann ich nicht noch? Ich hab doch die Flasche hier unten noch da. Nee. Nee. Willst du auch noch ein neues Glas haben, oder was? Nö. Okay, wir müssen mit ihm zusammenwirken. Okay. So, hier hast du noch mal ein bisschen Eisteam, mein Freund. Soll ich gleich hier leben? Machst du denn gleich alle, oder was? So, nein. Nee, wir müssen erst mal den Whisky wieder zurückstellen. Dafür, dass du in zwei Minuten wieder hin musst? Oh, so ein Backpfeifengesicht, Alter. Ey, guck dir das da mal an. Und schon wieder alle. Komm, mach den Glavier voll. Ja, komm, ist alle. Tu doch nicht so. Sprit. So. Gut, dann packen wir den Whisky erst mal wieder zurück. So, wunderschön. Alles klar. Wer bist denn du? Hi. Hi. Mandy. Mandy. Ich glaube sie, Nora ist unsere Freundin, ne? Wenn wir mit ihr wegziehen, würde ich jetzt mal sagen, wir sind zusammen. Wir dürfen nicht raus. Hallo? Cliff, bitte, ihr Bruder. Ich bin... Oh, oh. Oh, oh. Oh, Sauerei, Alter. Oh, oh. Das Klopapier. Ihr Schweine. Ihr Dreckschweine. Ey, ehrlich. Ich... Ich... Ich get. Ich get. Also, full table. Was ist denn überhaupt hier? Für Heftchen hier? Ihr Schweine. Alter. Also, nee. Also, nee. Wirklich. Ist das die Kundentoilette? Ja. Und... Aber eine ausgezeichnet auch noch. Die ist von der ausgezeichnet, Benni. Wie geht's? Wie geht's? Für den größten Stuhlgang. 2023. Ganz toll. So, okay. Alle klar. Benni will irgendwas trinken. So, was möchtest du denn haben? Du möchtest einen Burger. Okay. Dann werden wir jetzt kurz hier mal einen Burger braten. Ich gehe mal in die Küche. Wenn die genauso aussieht wie Klo... Ach, du Schande, Alter. Na, das ist ja köstlich. So, Handschuh. Senna, das sieht so gammelig aus, Benni. Das ist... Also, ihr würd nicht essen. Ihr würd nicht essen wollen. Es hat hier einen special Flavor. Ui, Alter. Vielleicht. Ja, das ist... Ja, wahrscheinlich. Das ist ein ganz großer special Flavor. So, wollen wir Bacon aufmachen? Oder was? Cheese muss da auf jeden Fall mit bei sein. Ich glaube, ich muss erst mal... Hm. Okay. Vielleicht muss ich auch erst mal nur... ...det Hack... ...auf den Herd hauen. Det Hack? Na, nee. Warte mal hier. Erst mal Brötchen. Wir haben hier noch ein paar Buns. Wunderbar. Schön offen ist es. Und nicht verschlossen. Wunderbar. Tiere sollen ja auch rankommen. Und jetzt können wir auch den Käse mitnehmen, oder? Und den Bacon. Nein. 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 Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? So, was können wir denn noch mitnehmen? Will ich einfach bloß den ganz normalen Steno-Burger, oder was? So, ohne Käse? Brötchen? Und Bun? Und fertig? Okay. Scheint so. So, Mandy. Ich habe deinen Burger. Ja, genau meinen vor allen Dingen. Ich habe... Achso. Ich habe deinen Burger. Ich habe doch gesagt. Dein Burger? Meinen Burger? Was ist mein... Mein Burger, oder hast du Mandys Burger gesagt? Achso. Scheißegal. So, okay. So, warte mal. Die Buns müssen natürlich auch noch rauf. Komm. Ein bisschen mit dem Fett des Fleisches zusammen angeknuspert. So muss das sein. Hm. So. Und schön zusammen wirken. So, die Brötchen sind durch. Willst du denn was runter nehmen, oder was? Achso. Einen Teller brauche ich mal vielleicht noch. Muss man das nicht so auf der Hand nehmen. So. Aha. Schön. Noch ein bisschen Besteck. Wunderbar. So. Na denn. Wünsche ich doch mal... Was ist... Was... Jetzt den Teller hier hinstellen. Wo soll ich denn den Teller hinstellen? Soll ich den hier hinstellen, oder was? Muss der immer noch braten? Sehr zu lange, oder was? Aber da lief doch schon so ein Counter. Soll ich jetzt den Kälte? Käse holen, oder was? Nee, jetzt kann ich nicht mehr drin. Jetzt ist es das. Muss ich ausmachen? Nee. Aha. Nicht da vorne einfach. Nee, drei Meter weiter muss ich hier hinstellen. Damit ich schön mit dem Fettchen plamse hier vor... Ja, naau. So. Zack. Einmal umgedreht. Das sieht ja nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. So. Die Brötchen auch nochmal einmal. Suppiguppi. Nochmal hoch, oder was? Was ist das? Was? Zack. Schön, okay. Da haben wir jetzt erstmal einen schönen McBanny gemacht. So, da kommt das Fleisch hier rauf. Und... Vorbereiten. Hier, warte mal. Ketchup noch ein bisschen, oder was? Objekt entfernen. Würde er erst Soße haben, oder was? Ach, Mann, aber was ist das? Sag mal, was ist das? Das verendet jetzt hier. Pack die Brötchen hier rauf. Theoretisch würde ich jetzt erstmal noch einen Kleck Soße raufmachen. Unten auf dem Boden. Ja. Kann ich aber nicht. Warte mal, hier. Kann ich den Mostrich nehmen? Ne, Ketchup kann ich auch nicht nehmen. Was ist das hier mit der Mayo? Ne. Denn, gut. Dann machen wir jetzt den Burger hier rauf. So. Und dann vorbereiten. Och, ist das ein Wunder. Das ist so ein wunderschöner Mikrowellenburger. Das ist so genau, so sieht das Ding aus, Alter. Zusammenwirken. So, na dann. Schönen Durchfall. Haul rein, Alter. So, was mit Trevor. Du willst du wieder einmal zersaufen? No, Trevor ist ja wieder mit Richard dabei. Yes. Und wenn ich dich wäre, würde ich die Piss nehmen. Alright, alright. Someone ist ein bisschen touchy. So. Hat er jetzt, hat er gerade unsere Nora angemacht, Benny? Hat er nicht gemacht? Ja, weiß ich nicht. Also, so ein bisschen. Ja, da bestimmt guckt aber einer am Ohrfeigenbaum, Alter. Okay, er will einen Cheeseburger und ein Bier haben. Irgendwie, du hast doch gerade gesehen, was das für ein ekelhaftes Ding war. Okay, jetzt hast du noch Bock drauf aller Arbeit. Ja, scheint so. Oh, Kinder, nee. So, okay, dann, alle klar. Cheeseburger und ein Bier. Ist auch wichtig, dass ich das bei dir hinlege. Damit du auch weißt, was du noch haben. Äh! So, was bist du hier? Du bist... Was? You are free to go. No one is forcing you to stay here. Was hast du, was machst du für Fotos von mir, mein Freund? Entschuldigung, bitte. Ist das erlaubt? So, ich soll hier nicht meinen offenen Hosenstall hier fotografieren, mein bester... Guck dir, mach mal ein Foto von der Toilette. Das ist ja nur der wahre Tatort. So, okay. Und jetzt aber Käse. Ich möchte jetzt Käse nehmen. Cheeseburger und Käse. Sehr gut. So, und Bier? Bier. Wunderbar. Alles klar. Brett zu. So, wird's... Suspekt. Oh, was? Okay, alles klar. Jetzt wird's wirklich ein bisschen weird. Aber cool. Ich glaube, jetzt nimmt's Fahrt auf. So, kommen wir in die Barger rauf. Während der Tatort untersucht wird, gar kein Problem. So. Ist schon kein Ding. So. Kriegt ihr denn Bier schon hier? Da hast du schon mal dein Bier, mein Freund. So, dann hole ich natürlich noch mal einen Teller. Das ist ja eine ordentliche Gastronomie. Ist mir persönlich sehr wichtig, was die Gäste hier von mir halten. So. Lässt mich auch gleichzeitig erstmal hinterfragen, irgendwie, was wir da eventuell für Burger servieren. Leckere? Ja, vielleicht Soylent Green Burger. Mit den wunderbaren Soylent Green Fritten. So, warte mal. Hier kommen die Buns. Buns sind fertig. Wunderbar. Die packen wir hier schon mal hin. Schön. Zack. Du bekommst jetzt aber schön hier nochmal auf die Scheibe. Gibst jetzt erstmal nochmal schön den Cheese rauf. Nein, du sollst den Käse da rauf packen, wie gesagt. Echt jetzt wirklich? Wir packen jetzt hier einfach die Burger-Scheibe rauf und dann den Käse da rüber. Oh, so macht man das nicht, Alter. So macht man das nicht. Der Typ macht mich wütend, Benni. So, hier hast du, bitte. Da. Besteck, wozu du Besteck, Alter? Besteck wird überwärtet. So, wer ist der Tote da hinten? So, Mandy, du möchtest noch was bestellen? Noch ein Stück Kuchen hinterher oder was? Zum Mord. Ein Kuchen zum Dessert. Ach, jetzt muss ich noch abwaschen. Benni. Was ist denn Tote? Wasser wird doch komplett übergewertet. Einfach mal mit einem trockenen Schwamm rüberkommen und dann wieder einräumen. Schön, ja, immer nur trocken poliert, nochmal aufgespuckt, dann passt das. Schön. So, komm, pack da hin. Ich habe ihn nicht Besteck abwaschen sehen, Mandy. Ich habe ihn nicht Besteck abwaschen sehen. Das ist Mandy. Und... Okay, oh, Cash. Cash. 5 Dollar? 5 Dollar ist mau. Kasse. So, das ist für unsere Villa auf dem Land. So, okay. Du bist eingeschlafen und tatsächlich schmeckt? Wie es auch alle? Alles klar, Hank. Und was habe ich bestellt bei ihr? Pfannkuchen und Kaffee oder ich habe sie ihr nickt? Wir haben natürlich Pfannkuchen und Kaffee bestellt. Ja, wir sind ja natürlich, wir sind ja, wir sind ja nicht übergriffig. Nicht? Two Pancakes. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, wir sind ja alle Morgen, auf der gleichen Zeit. Ja, das stimmt. Und die Telefonnummer war... Hahaha. Schön. Es war nur mein Glück, dass dein Vater entschieden hat, mich zu erheben. Ja. 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 Es hat so lange jetzt. Vielleicht... Es ist die Zeit, die ich gehen muss. Stay mit mir. Es ist ein bisschen länger. Das Ort. Es braucht dich. Ich... 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 Alter, was zieht denn jetzt ab? Was? Okay. Das ist ein spezielles Ort. Ich will wirklich alles destruieren. Ich komme zurück in die Seite. Während wir hier warten. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mich bitte oben in den Kommentaren wissen. Wir würden uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und hey, wenn ihr ein Abo da lasst, wäre super cool. Ihr habt vielleicht auch einen Leck-Creme-Burger von uns. Ansonsten kam gerade die Leitung zu Benny verloren. Vielleicht ist der noch gerade auf Toilette und putzt die oder sucht alle weitere für Burger zusammen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.